und damit halli hallo und herzlich willkommen hier auf pnv simulation ich bin der bio begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich dass ihr wieder einschaltet hier zu der neuen news wir haben mal wieder einiges zum leitstellen simulator 3d zug hat ein paar bilder gepostet ein paar neue projekte und wir haben mal wieder was von lotus das alles und mehr jetzt hier mal in den news und damit geht es los mit dem leitstellen simulator es sind neue bilder erschienen und zwar zeigt das ganze hier den neuen leitstellen simulator mit einem betriebsgelände der leitstellen simulator bringt auch ein betriebsgelände mit sich in dem die spieler sich gegenseitig sehen können auf dem gelände stehen euch viele depots eine werkstatt und ein großes bürogebäude inklusive leitstellen zentrale zur verfügung nach dem betreten einer leitstellenfahrt startet ihr im büro erhaltet von der leitstelle euro tour und lauf zum zugewiesenen bus anschließend könnt ihr die tour in omsi fahren es ist auch möglich mehrere touren hintereinander zu fahren ohne nach jeder tour ins büro zurückkehren zu müssen die exklusive beta startet im dezember 2019 was ich jetzt hier aktuell nicht ganz verstehe ist jetzt hat man hier natürlich ein neues betriebsgelände was ist denn aktuell jetzt mit dem betriebsgelände von bus simulator dem dlc von pdp software hier sieht scheinbar aus dass man hier jetzt mittlerweile zwei betriebsgelände nebeneinander laufen hat und das ganze scheinbar nicht miteinander so wirklich verknüpfen kann jetzt ist die frage ist sind damit jetzt der busbetriebs simulator jetzt irrelevant braucht man diesen jetzt gar nicht das ganze scheint jetzt hier wohl ein stand-alone dlc zu sein der leitstelle simulator so dass ihr den busbetriebs simulator gar nicht braucht aber macht es denn wirklich sinn sich jetzt beide dlc zu kaufen wo liegt jetzt der unterschied zwischen den beiden simulatoren das ist jetzt hier eine ganz große frage die ich jetzt ja die jetzt noch gar nicht so erklärt worden ist für leute die sich jetzt zum beispiel den busbetriebs simulator gekauft haben ist der jetzt irrelevant hätte man das geld jetzt lieber sparen sollen für den leitstellen simulator ich hoffe dass der pdp software sich da in den nächsten tagen weil noch so ein bisschen dazu äußert ich bin mal gespannt weil so wie es sich anhört ist wie gesagt wird jetzt durch diesen dlc der andere dlc ausgehebelt lassen wir uns mal überraschen was pdp software die nächsten tage uns noch so präsentiert aber kommen wir zum nächsten thema wir haben mal wieder neues bild aus lotus lotus hat hier im forum ein neues bild und natürlich facebook geteilt und zwar handelt es sich hier um die karte diorama aber diesmal nicht aus dem cockpit von einer straßenbahn sondern aus dem bus natürlich ist das hier der standard bus der mitgeliefert wird der man doppeldecker und ja interessant ist warum dieses bild jetzt auf einmal erschienen ist möchte man uns damit irgendwas sagen komplett jetzt vielleicht doch noch dieses jahr oder erscheint das ganze jetzt erst doch nächstes jahr man weiß es nicht einen aktuellen release termin dazu gibt es noch nicht wir lassen uns mal überraschen was da jetzt noch so kommt ein text war nicht wirklich aussagekräftig hier einfach mal ein bild aus der entwicklung mehr war aktuell nicht dazu geschrieben ich bin mal gespannt was das das ganze mit auf sich jetzt ob das ganze jetzt vielleicht noch vor weihnachten erscheint könnte man denken aber sie arbeiten ja aktuell ja noch an der simplen ki also warum dieses bild das stiftet ein bisschen verwirrung meiner meinung nach aber wir finden es cool ich freue mich auf dieses dhc super 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 dolle lassen wir uns also überraschen warum dieses bild jetzt aufgetaucht ist dann neues aus dem 3d zug ja das 3d zug mittlerweile an einem dhc arbeitet mit den namen ic e1 ist natürlich alt bekannt und wir freuen uns natürlich auf den ic e weil meiner meinung nach ist der ic e schon eines der hübscheren modelle zu sehen natürlich hier ein bild aus blender heraus wie detail reicht das ganze jetzt schon aufgebaut wird hier sagt man natürlich dass alles drum und dran mit dabei sein soll also hochwertige qualität ich selbst freue mich darauf wie seht ihr das ganze braucht ihr einen neuen ic e1 oder sagte er so ich hätte auch mit dem anderen leben können dann schreibt das ganze mal in die kommentare mich würde das ganze mal interessieren aber so wie das hier ausschaut ist hier wieder absolutes payback niveau bleiben wir gleich bei 3d zug sonst haben hier nämlich noch den nightjet den wir schon vor einiger zeit mal berichtet hatten der ist jetzt demnächst erhältlich exklusiv für den train simulator 2020 kommt dieser wasser kostet ist allerdings glaube noch nicht bekannt meiner meinung nach wer sich darauf natürlich freut der wird jetzt demnächst in ein spaß damit haben wir werden uns das ganze mal angucken mal schauen was das mit sich bringt eine neue simulation wurde angekündigt die irgendwie total komisch sich anhört ich weiß noch nicht was es werden will aber es klingt auf jeden fall echt crazy und zwar handelt es sich hier um den airplane mode in airplane mode sollen die spieler den vollen luxus eines sechsstündigen fluges in der economy class über den atlantischen ozean erleben dürfen natürlich in echtzeit um eine möglichst realistische erfahrung zu bieten will das spiel mit folgenden futures überzeugen taxi start und landung ziemlich genaue satelliten bilder des fluges knabbereien premium getränke und verschiedene mahlzeiten inklusive fisch handgepäck im buch kopfhörer kugelschreiber und handy ladekabel laserlampe und infobroschüre im flugzeug ein von erfahrenen flugbegleitern produzierte luftsicherheitsvideo zufällige ereignisse wie turbulenzen schlechtes wlan verspätung in jedem spieldurchlauf authentische umgebungsgeräusche inklusive schreiende babys ein entertainment system mit flugtracker und filmhits aus den 19 aus den jahren 1930 ein magazin mit artikeln kreuzworträtseln und so doku werden laut eigenen angaben realistischen flugsimulator aller zeiten erleben will muss sich noch bis zum release im jahr 2020 gedulden auf steam könnt ihr den titel aber bereits auf die wunschliste packen also das nenne ich doch mal wirklich ein bisschen abgefahren das könnte ja ich weiß auch noch nicht so hundertprozentig ich werde es mir auf jeden fall angucken wenn das ganze natürlich hier auf dem kanal inpackung sobald es natürlich erhältlich ist aber sollte ihr selber interesse haben schaut euch apple mode einfach mal an und damit nein sind wir noch nicht am ende denn wir haben nämlich noch ein dnc der jetzt vor kurzem erschienen ist und zwar handelt es sich hier um die metropolitan line ja das ganze kostet 38 dollar wenn mich jetzt nicht alles täuscht auf der seite von habe ich sie jetzt noch offen nein habe ich jetzt leider nicht mehr offen was ist 38 dollar und auf jeden fall die bilder die man jetzt aktuell sieht oder auch die videos die sehen wieder sehr sehr vielversprechend aus also das sieht nach wirklich großem payware niveau qualität aus wenn ihr den dc selbst mal getestet habt lasst doch mal einen kommentar da wie sich das ganze spielt wie sich das ganze anfühlt mich selbst würde mich das brennend interessieren aber 38 euro klingt im ersten moment doch ganz schön viel oder 38 dollar klingt wie gesagt wirklich viel wenn ihr den getestet habt dann lasst mal was in den kommentaren da würde ich mir den gerne mal angucken wollen es gibt dazu noch zwei weitere dlcs die man dazu kaufen kann und die kosten auch jeweils 25 dollar weiß ich nicht ob es so ein komplett paket vonnöten ist ob es jetzt nur eine linie ist das ist alles irgendwie auf der hersteller seite nicht wirklich ersichtlich also wenn ihr da irgendwie weitere informationen zu habt so denn gerne in die kommentare da lassen ich bin aus dieser ganzen beschreibung nicht wirklich schlau geworden aber jetzt sind wir damit schon wieder am ende angekommen hier mit unserer news ja ihr habt gesehen es ist nicht allzu viel muss aber dazu sagen auch dass ich im urlaub bin aktuell und somit gar nicht den wirklichen zugriff habe auf mein ganzes home entertainment was ich ja sonst zu hause habe musste jetzt erst mal so dass jetzt sich erreichen sobald ich natürlich wieder aus dem urlaub raus bin werde ich natürlich die ganze zusammen packen und eventuell wenn es sich natürlich lohnt noch mal in eine extra video packen oder das ganze dann einfach zum nächsten wochenende aufschieben und somit bedanke ich mich natürlich dass ihr dabei wart hoffe euch hat die news folge gefallen und wir sehen uns dann natürlich zu den nächsten news wieder wenn es hier wieder heißt öPNV news time ich verabschiede mich und frohes weiterfahren auf